Eigentlich waren die YouTube-Stars Dagi Bee und Bibi Klaassen bis vor ein paar Jahren noch unzertrennlich. Angeblich habe es dann einen Streit gegeben, wegen dem die beiden heute keine besten Freunde mehr sind. Seit jeher hat man Dagi und Bibi nicht mehr zusammen gesehen. Bis vor wenigen Wochen. Bei einer Baby-Party wurden Dagi und Bibi zusammen abgelichtet. Die Fans der beiden waren völlig aus dem Häuschen und hatten viele Fragen zu dem großen Wiedersehen. Deshalb äußerte sich Dagi nun in einem YouTube-Video dazu. Wir hatten eine sehr lange Zeit nichts miteinander zu tun, aber das lag nicht daran, dass wir Streit hatten, sondern weil es sich einfach auseinandergelebt hat. Zwischen den beiden erfolgreichen Influencerinnen herrscht also keine dicke Luft, wie vermutet. Dagi erklärt auch, dass die beiden sich sehr wohl noch treffen würden. Sie seien einfach nicht mehr so gut befreundet wie früher. Sie sei aber sehr stolz auf das, was Bibi sich erarbeitet hat.